Germany's Next Topmodel reizt im Moment immer wieder das Thema, essen die Mädels genug, sind die zu mager? Was denken Sie, warum ist das immer wieder ein Thema, was hochkommt, warum hört das nicht auf? Also Models und Magersucht ist ja immer ein Thema, das immer wieder ankommt. Germany's Next Topmodels, die Mädels sind nicht mager, die sind 16 bis 18 Jahre, die haben einen normalen Bodyindex und es gibt auch bei den Models diesen 0,7%-Prozentsatz von Magermodels und da gibt es auch nicht mehr oder weniger von 1000 Models, sind 7 irgendwie magersüchtig und die werden aber auch von der Industrie nicht anerkannt, denn magersüchtige Models braucht man nicht, weder auf den Modeschauen noch in der Werbung.